Das war die letzte Limo heute. Der Kwampert macht gleich einen Kassensturz. Er hat ja so schon am Simi gesagt, dass es heute nicht mehr kommt. Bringst du mir einen Obstler? Im Ernst? Spatzl, du hast doch dein ganzes Leben noch nie einen Tropfen Alkohol drungen. Die Mama ist heute nicht zu Hause. Die ist beim Rummierabend. Ich kann dir auch einen Wodka bringen. Den riecht man nicht so. Nee, bring mir einen Obstler. Kwampert, ein Obstler! Der steht noch hinter den Boxen von der Ramona im Geburtstag. Ich hab dir hundertmal gesagt, dass du während der Schicht nichts mehr trinkst. Doch nicht für mich. Für den Uwe. Für den Uwe? Ja, geht jetzt noch, ob so das Kassensturz. Der ist ein Parasch, das war dein letzter Tag hier. Wenn die Ramona einen anfassen wird, den würde ich pattern. Du bist bei mir, bleibst auf dem Hof, kümmerst dich um die Kühe und dann kümmerst dich um eine Frau. Bauer. Dann krieg ich mein Bruder. Die Beidung, die müssen schwachs essen. Ich grüße dich, ich bin der Memo Fried. Aber gerne mal auf die Bilder einladen. Also du und ich, wir können das dann ruhig mal machen, was? Ich bin der Vincent und du bist... Hi Vincent, ich bin Anna. Au, Anna. Und, äh, sonst so? Oh Mann, oh Mann. Aber weißt du, ist nicht schlimm. Ey, was ist denn nicht für uns? Beide denken, du musst nur irgendwie gut aussehen. Das meinst du jetzt nicht wirklich, oder? Ja. Hey guys, you hold the certificate in your hand, and you put the hat on. Spannung. Musik